Am 16. Spieltag trafen die TSV Neustadt Shooters auf die Überraschungsmannschaft der Saison, MTV Wolfenbüttel. Der Aufsteiger steht aktuell mit einer Bilanz von 7 zu 8 im gesicherten Mittelfeld und wird nichts mehr mit dem Abschnitt zu tun haben. Bei den Neustädtern ist der Kampf um Platz 3 in vollem Gange und deswegen wollte man auf jeden Fall die Punkte in Neustadt holen. In einem sehr spannenden und ausgültigen Spiel konnten sich die Shooters mit 73 zu 65 gegen das Team aus Wolfenbüttel durchsetzen. Beide Teams zeigen in knapp 140 Zuschauern viele gute Szenen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und los geht's! und los geht's! Copyright Untertitel, 2020 Das war's für heute. 2, 3, 2, 1. 4, 2, 1. Das Play of the Game kommt heute von Samuel O'Garu von den TSV Neustadt Shooter. Das Play of the Game kommt heute von Samuel O'Garu. Das Play of the Game. Das Play of the Game. Das Play of the Game. Das Play of the Game.